Alles Gute noch einmal! Grüß euch, ich bin der Angler Christian, Obmann von die Bad Hofgasteiner Heureiter. Wir dürfen heute am 9. Leonardo-Ausfahrt dabei sein. Wir sind mit einer Kutschen dabei und jeweils von einem Gasteiner-Verein ist ein Heureiter-Fienst dabei. Ich möchte mich bei Martin bedanken für die Einladung und gratuliere für das super Fest. Herzlich willkommen hier zur Leonhade-Ausfahrt hier im Gasteinertal im Bad Hofgastein. Diese Leonhade-Ausfahrt hat eine ganz große Bedeutung. Es ist nämlich mehr oder weniger der Abschluss des Erntejahres, der Abschluss des Bauernherbstes. physically mit einer Eureiter-Fienst. Vielleicht sind sie die Auslösung. Ich möchte mich bei Martin Friedrichs-Ausfahrt Musik 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 Applaus 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 Die Räder Musik Martin, es ist einfach super, was ich da heute auf die Ferse gesteht habe. So viel gewaltige Gespanne und allfest voneinander, viele fesche Reiterrenner sind da mit, also es ist eine tolle Veranstaltung und ja, ich glaube, dass das heute noch ein Schlesänger getastet und dann noch ein netter Nachmittag wird. Und so darf ich einladen, dass wir kurz jetzt ein Bier und Schnappchen zur Seite stellen oder einen Kuss auch anders zu sagen, Rachen und Saufen bitte einstellen und keine Sorge, ich brauch nicht zu lang und fang einmal bitte im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, die Gnade uns des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. so Untertitelung. BR 2018